Liebe Frau Dr. Feuss, liebe Petra, das Mikrobiom ist ein Thema und das ist spannend, aber was ist denn das Mikrobiom überhaupt? Ja, das sind die eine Trillionen Mikroorganismen und da zählen nicht nur Bakterien, sondern auch Viren, Pilze, andere Kleintierchen zu, die in einem Lebewesen, das man dann Habitat nennt, Leben, sowohl im Magen-Darm-Trakt als auch in der Scheide, auf der Haut. Also da gibt es vielfältige Gebiete, wahrscheinlich auch in der Brust. Ja, auch dazu läuft jetzt Forschung, welche Mikroorganismen in der Brust leben, ob das bei Frauen mit Brustkrebs eine Veränderung abbildbar ist und so. Also es gibt ganz viele Mikroorganismen in unserem Körper. Jetzt wird ja gerade, wir hatten vorher schon drüber gesprochen, wir zwei immer mehr geforscht, leider überwiegend in den USA und weniger in Deutschland oder Europa, was für einen Einfluss das Mikrobiom überhaupt auf Gesundheit und Krankheit haben kann. Wodurch ist denn das überhaupt möglich, dass das so einen unterschiedlichen Einfluss haben kann? Naja, die Mikroorganismen stellen eben auch bei der Verstoffwechslung unserer Ernährung, also wir füttern die. Im Prinzip sind wir eine Wohngemeinschaft und wir füttern die Mikroorganismen. Und je nachdem, wie wir die füttern, stellen die eben Stoffe her, die sich günstig auf die Gesundheit auswirken oder auch ungünstig. Und man weiß, dass zum Beispiel auch mit Autoimmunerkrankungen oder mit Multiple Sklerose oder Autismus gibt es bestimmte Mikrobiomveränderungen. Also es hat wirklich einen vielfältigen Einfluss. Oder man kann Mäuse züchten, die keine Keime im Magen-Darm-Trakt vorhalten. Und wenn man so einer keimfreien Maus den Stuhl von einem Patienten gibt, der ein Reizdarmsyndrom mit Ängsten hat, dann entwickelt die Maus auch ein ängstliches Verhalten. Und wenn man der keimfreien Mausstuhl von einem Patienten gibt, der ein Reizdarmsyndrom mit depressiven Symptomen hat, entwickelt die auch eher depressive Symptome. Sodass wir wissen, da sind ganz vielfältige Einflussmöglichkeiten, bestimmt mehr als uns lieb sind auf eine Art. Und die Forschung, ja, die ist noch in den Kinderschuhen. Die Quintessenz für die Klinik, die ist noch gering. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, versuchen möchte, ein möglichst gesundes Mikrobiom in mir selbst zu schaffen, was muss ich denn dafür tun? Also da ist auf jeden Fall die ballaststoffreiche Kost wichtig, die aber unbedingt gerade während onkologischer Therapien verträglich sein sollte. Forscher, die zu Mikrobiom forschen, es gibt eine Forscherin, die ganz viel forscht, das ist die Frau Professor Zittvogel in Frankreich. Aber die sagen, man sollte 25 verschiedene ballaststoffreiche Lebensmittel pro Woche zuführen. Und neben dem, dass man ballaststoffreich essen sollte, ist es auch ganz wichtig, abwechslungsreich zu essen. Sprich, wirklich saisonal auch zu essen und den Speiseplan zu verändern und nicht immer das Gleiche auf dem Speiseplan stehen zu haben. Manche Mikrobiom-Forscher sagen auch, es ist eher das, was man nicht isst, was man dann bräuchte. Also eine Vielfalt in der Ernährung, eine Vielfalt an Ballaststoffen, das ist wichtig. Jetzt, gut, dass in Vollkorn Ballaststoffe sind, wissen wir, glaube ich, alle. Das ist, glaube ich, also selbst dem absoluten Laien bewusst. Wo finde ich denn sonst noch, sind denn in Obst und Gemüse auch Ballaststoffe? Unbedingt. In Obst und Gemüse sind Ballaststoffe, in Hülsenfrüchten sind ganz viele. In Nüssen findet man Ballaststoffe. Vollkornnudeln enthalten deutlich mehr Ballaststoffe als Vollkornreis. Deshalb finde ich Vollkornnudeln echt praktisch. Was, ja, Flohsamenschalen, Leinsamen, Getreideprodukte, da ist überall, sind viele Ballaststoffe drin. Aber man muss auch ein bisschen schauen, was man gut verträgt und was nicht. Was noch ein Lebensmittel ist, was man vielleicht auch nicht weiß, ich wusste das nicht, bevor ich mich angefangen habe, mit Mikrobiom zu befassen, die abgekühlte Kartoffel. Also der Kartoffelsalat, der enthält viele Ballaststoffe, weil sich komplexe Kohlenhydrate beim Abkühlen bilden in der Kartoffel. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass jemand eine heiße, warme Kartoffel gut verträgt, aber wenn er dann Kartoffelsalat isst, Blähung kriegt. Ja, aber sowas ist natürlich auch gut, also wenn man Kartoffelsalat zuführt. Dann kann man sich ja auf den Sommer freuen, wobei wir ja dann lieber Gemüse auf den Grill tun sollten als Fleisch und Fisch, oder? Na ja, ein bisschen Fleisch und Fisch brauchen wir. Und gerade Patienten, die an Krebs erkrankt sind, haben einen höheren Eiweißbedarf unter den Therapien, aber auch durch die Erkrankung. Und ich würde bei Fleisch und Fisch immer auf eine gute Qualität achten, weil da eine bessere Fettsäurezusammensetzung besteht. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass man wirklich auch Fleisch und Fisch essen sollte. Aber eben in Maßen. Das World Cancer Research Fund empfiehlt nicht mehr als 500 Gramm rotes Fleisch pro Woche. Da würde Schwein, Rind und Lamm zu zählen. Geflügel schränken die gar nicht ein. Die haben sich viele Daten angeschaut und sagen, dass die Empfehlungen nicht nur zur Vorbeugung von Krebs gelten, sondern auch bei Krebsüberlebenden. Wobei ja das, sagen wir mal, einschränken oder vermeiden von rotem Fleisch ja auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr positiv sich auswirkt, oder? Ja, unbedingt. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich an diese Empfehlung von World Cancer Research Fund zu halten und nicht mehr als 500 Gramm pro Woche von rotem Fleisch zu essen. Unbedingt. Auch für Herz-Kreislauf, für die Gesundheit allgemein. Wenn ich jetzt versuche, mich da so ein bisschen gesünder zu ernähren, das wird ja nicht, man wird es ja nicht schaffen, von einem Tag auf den anderen alle Gewohnheiten umzustellen. Welchen Platz haben denn zuckerhaltige Nahrungsmittel da drin? Naja, ganz oft sind die Nahrungsmittel, die sehr zuckerhaltig sind, jetzt industriell hergestellt, auch mit chemischen Stoffen noch versetzt. Und die sind fürs Mikrobiom nicht gut. Unser Mikrobiom ist adaptiert an die Ernährung wie vor 200, 300 Jahren, als es die ganze Industrialisierung noch nicht gab. Also Süßstoffe wirken sich ungünstig aus, Emulgatoren wahrscheinlich auch. Je weniger Chemie in der Ernährung, desto besser. Das ist auf jeden Fall so. Und was jetzt der glykämische, oder ja, Zucker, es heißt ja immer Zucker füttert Krebs. Es ist schon so, dass schnell resorbierbare Kohlenhydrate, wie Süßigkeiten wegen mir, ja, die scheinen sich schon ungünstig auszuwirken, wenn insbesondere, wenn jemand bei jemandem Metastasen vorliegen, weil die Insulin und insulinähnliches Hormon ansteigen lassen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel abgekühlte Kartoffeln isst, ja, dann würde ich mir wegen der Kohlenhydrate da drin überhaupt keinen Stress machen. Oder Vollkornnudeln, ja. Die ketogene Diät, die häufiger propagiert wird, die hat sich in Studien nicht bewährt. Und von der würde ich auch abraten, zumal wir da auch wieder eine Einschränkung der Vielfalt der Ernährung haben. Das Obst wird fast ganz weggelassen. Und das ist, ja, da sind auch Ballaststoffe drin und viele Vitamine und Spurenelemente, sowas. Davon würde ich echt abraten. Und viele Patienten nehmen ab unter ketogener Diät, was in manchen Situationen echt ungünstig ist, ja. Da möchte ich jetzt gleich drauf einsteigen. Da ist ja auch in der ketogenen Ernährung wird ja sehr viel mit Fett gearbeitet, fettreicher Nahrung. Und genau das ist ja wohl nicht gut für das Mikrobiom, oder? Genau so, genau so. Also bin ich absolut auch der Meinung. Man hat eine Einschränkung, man hat mehr Eiweiß und mehr Fette und dann in hohen Mengen. Und meines Erachtens sind die komplexen Kohlenhydrate, nämlich die Ballaststoffe oder komplexe Kohlenhydrate gehören ja auch zu den Ballaststoffen. Die sind so wichtig. Ja, deshalb halte ich von der ketogenen Diät nicht viel. Jetzt möchte ich doch nochmal auf Süßes zurückkommen. Jetzt gibt es ja doch viele Menschen, sagen wir mal, die ein süßes Schnabel sind, wenn wir das mal so nennen wollen. Und wenn die sich jetzt umstellen wollen, ist es dann besser, sagen wir mal, in Kurzzeit, wenn ich jetzt gar nicht ohne auskomme und so einen Heißhunger habe. Ist es dann besser, ein kleines Stück und das ganz oft oder lieber auf einmal, dass es dann erstmal wieder für eine Weile reicht? Also ich finde, das ist ja auch das Thema Genuss, Renate. Und ich finde das so wichtig, dass man sich auch ein bisschen Genuss gönnt, weil sonst Ernährung muss und darf auch Spaß machen. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass 90 Prozent oder 80 Prozent stimmen. Ja, aber man sich da ein bisschen Genuss auch zu schenken, halte ich für ganz wichtig. Ob das jetzt besser ist, eine Tafel zu essen und dann ein paar Tage nicht. Ich glaube, das kriegt man gar nicht hin, wenn man einen Tag eine Tafel isst. Am nächsten dann gar nichts zu essen. Ist ganz schwierig möglicherweise. Aber da tickt auch jeder anders. Nur auch gerade in einer chronischen Erkrankungssituation, wenn man sich das sämtlichen Genuss verweigert, dann kommt man nachher vielleicht auch in der Appetitlosigkeit, weil man keine Freude mehr am Essen hat. Das wäre ganz schlimm. Das darf auch nicht sein. Also ein Großteil sollte ballaststoffreich sein und voller Vitamine und natürlich und so weiter. Das, was wir alles besprochen haben. Aber es darf auch Raum für Genuss sein. Das heißt so Stichwort mediterrane Kost. Passt das ganz gut? mediterrane Vollwertkost. Die ist auch saisonal und reich an Gemüse, Obst, Olivenöl, Fischprodukten und so weiter. Genau, eine mediterrane Vollwertkost würde man empfehlen. Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Einmal im Bereich der Immunonkologie scheint ja das Mikrobiom, oder davon wissen wir es bereits, einen echten Einfluss zu haben. Wie schaut das aus? Also nach Daten vom MD Anderson scheint das Ansprechen fünffach besser zu sein unter einer ballaststoffreichen Kost. Das ist schon ein Wort. Und die haben auch Daten erhoben bei ihren Patienten und geguckt, wie steht das Mikrobiom da, wenn die Patienten Probiotika, also Lebenbakterien, zuführen. Und das hat die Vielfalt eher verringert, spannenderweise. Deshalb bin ich auch mit Probiotikagaben nochmal zurückhaltender und würde eher sowas wie Joghurt mit Milchsäurebakterien und Milchsauer vergoren eingelegtes Gemüse irgendwie empfehlen und eben eine ballaststoffreiche Kost als jetzt wirklich Probiotika zuzuführen zum jetzigen Zeitpunkt. Das wird sich bestimmt in den nächsten Jahren noch verändern, weil die Forschung voranschreitet. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das so empfehlen. Wenn ich mich jetzt bisher noch nicht so mit den Ballaststoffen reich ernährt habe, kann ich da von einem Tag auf den anderen umstellen und sagen, ab heute tue ich das oder sollte ich das lieber langsam angehen lassen? Langsam angehen wegen der Verträglichkeit. Sonst fliegt man echt mit einem Blähbauch durchs Leben. Das ist unangenehm. Oder klebt unter der Decke. Genau. Oder auf der Toilette sitzt man fest. Auch das könnte passieren. Wer da ganz tolle Empfehlungen hat, ist das American Institute for Cancer Research. Die haben tolle Rezepte. Die haben Fotos von so Tellern, eher mit Western-Style, wie es oft üblich ist. Dann so ein Mittelding-Teller, der überleitet in so eine ballaststoffreiche Ernährung. Und dann haben die Fotos von Tellern, wo eine ballaststoffreiche Ernährung drauf ist und haben auch viele Rezepte. Natürlich auf Englisch, aber tolle Rezepte. In den USA gibt es auch vom American Cancer Institute tolle Kochbücher für Patienten, die onkologisch erkrankt sind mit bestimmten Symptomen. Da, finde ich, brauchen wir hier in Deutschland noch was, wenn ich ehrlich bin. Es gibt bei Natur und Medizin ein Vollwertkochbuch, ein kleines, was auch nicht so teuer ist, zu Vollwerternährung bei Patienten mit Krebs. Und es gibt da sicher auch Bücher, aber so ein richtig schönes Rezeptbuch wie in den USA. Da könnten wir noch dran arbeiten. Na ja, dann schauen wir mal. Vielleicht klappt das ja. Jetzt noch einmal, weil du die Flohsamen erwähnt hast und Leinsamen. Wenn ich die integrieren möchte in meinen Ernährungsplan, worauf muss ich achten? Ja, also bei Flohsamenschalen, wenn man damit loslegt, ich sagte ja, die Quellen 40-fach. Also erstmal beginnt man mit einem Teelöffel, damit man keine Blähung kriegt. Zweitens trinkt man Wasser hinterher. Wenn man die Flohsamenschalen ins Müsli gemischt hat oder so, muss man unbedingt Wasser hinterher trinken, weil die eben so quellen. Drittens sollte man das Müsli dann mit diesen Flohsamenschalen eine Stunde Zeit versetzt zu Medikamenten zuführen. Ja, weil sonst natürlich auch die Gefahr ist, dass die Medikamente und die Flohsamenschalen in Wechselwirkung gehen. Leinsamenquellen ungefähr zwölffach, also weniger. Und ich persönlich finde, wegen der Vielfalt, von der ich sprach, würde ich nicht jeden Tag Flohsamenschalen, sondern ich würde mal Wechsel, mal Chiasamen, mal Leinsamen, mal Flohsamen. Bei Leinsamen ist wichtig zu wissen, dass da Phytoöstrogene drin sind, dass aber ein bis zwei Esslöffel pro Tag für Frauen mit Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs eher gesundheitsfördernd sind und unbedenklich sind. Ich würde nur nicht vier bis sechs Esslöffel empfehlen. Das wäre zu viel. Ja, also Frauen mit Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs dürfen gerne ein bis zwei Esslöffel pro Tag zuführen, aber mehr sollten es nicht sein. Ja, vielen Dank. Es ist spannend, was Sie erzählen konnten. Und ich denke, dass wir dieses Interview immer wieder wiederholen können, weil ja immer neue Erkenntnisse dazukommen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich danke, dass ich hier mein Wissen kundtun wollte.